um so der nächste dolmen in das so gut ist liegt hier vor mir und müsste eigentlich eigentlich just in dem Moment starten das event ich will es gar nicht wenn ich die jetzt vorher kille stopp ist los naja dann kann ich die auch killen oh mein Inventar ist voll Leute das flippt alles ja 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 Das war's. So, jetzt haben wir alle Teufel, das ist jetzt mal mehr. Macht das Dreda. Ozzuzaran, mein Sohn. Ich beschwöre dich aus den Himmeln. Ozzuzaran. Ach du Scheiße. Das sieht jetzt hier auch anders aus, oder? Alter, Alter, Alter. Das Problem ist, du bist zu dick. Du bist zu langsam. Ich werde dafür sorgen, dass meine Geschichten von eurer Tat von euch erzählt werden. Ozzuzaranstür. Dolmen abgeschlossen, leider. So, ähm, ja, die Kiste, mal gucken, was drin ist. Ozzuzaranstür. Gut, Leute, ich werde mich mal an meinen Inventor kümmern. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und, ähm, ich meine, es gibt ein paar Sachen, gibt's noch. Wie gesagt, ich wollte es ja alles fertig kriegen. Hier ist noch was. Da komme ich aber jetzt nicht ran, weil das Tor Deutsch-Sturz-Bündnis gehört. Hier rüber können wir jetzt gleich. Ach ne, gut, das ist ein normaler. Oh, hier ist noch ein Verlies. Naja, ein bisschen was ist noch, Leute. Gut. Bis dahin, macht's gut.